ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren stream zu south of the stars the pit wir machen mal weiter wo wir vor zwei wochen aufgehört haben jetzt mit funktionstüchtigem internet können wir auch wieder streamen so oder noch kurz überlegen wir haben keine rüstung mehr stimmt das wir waren irgendwie uns das war hatten wir ja ich hatte genau ich hatte irgendwie genau wir haben viel zu viele waffen was ist das hier advanced combat rifle high explosive rounds die haben wir nicht die könnte ich noch mal so ja ja fehlen noch drei punkte mal okay wo sind wir hier überhaupt wir sind hier mit dem level fertig sieht gut aus sieht so aus so würde ich sagen gehen wir einfach runter desks empty haben einen cooker den wir reparieren können schön genommen flüssig metall schlafen das ist richtig okay okay ich höre hier irgendwas dich habe ich gehört ich gehe mal sterben ich gehe mal sterben ich gehe mal sterben ich gehe mal sterben ach komm mal was denn aha das problem okay wie ist unsere food situation so mittel dann essen wir mal rotten cheese infected naja gut dann spülen wir das ein bisschen mit roten ne vielleicht nicht unbedingt was zur helle ist das überhaupt hier konnte man sich das doch irgendwie anzeigen so ja schön das ist wieder irgendein item was wir für irgendwas brauchen aber wir wissen nicht für was deswegen lassen wir es erstmal hier ich könnte sowieso eigentlich alles liegen lassen wenn ich nicht weiß wofür ich es brauche weil ich meine weil ich meine warum nicht okay so wir sind poisend und diseased das ist ja nicht so schade ich habe aber das ist ja nicht so schade ich habe aber das ist ja nicht so gut Aber auch nicht so schlimm. Ja, ein bisschen Reparaturarbeiten und schon sind wir nicht mehr vergiftet und nicht mehr krank. Das würden sich viele Arbeitgeber wünschen, wenn das so einfach wäre. Damit können wir doch irgendwas machen. Retrieve data. Mach mal. Message number 50. Decrypt. Very high penetration bullets can be created by spiking shell casings with molecular neutrinium. Namen Bruno. In order to, würde ich mal sagen, to make magazine irgendwas, it is recommended Element X. Alles sehr hilfreich. Gott, dieser verdammte Schub. Ja, du wirst nicht trade, ein Desk aufzumachen. Das ist aber auch nicht einfach. Also, meine Güte. Imagine She Shower. Was können wir damit machen? Ich hatte gerade eine 94% Chance und habe es versaut. Okay, gut. Dann können wir es leider nicht rauskriegen. Okay. 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 Also wir treffen wirklich nicht allzu oft mit dem Ding, das muss man ja schon sagen Okay, gut, dann machen wir mal hier Oh, schön, das sind, da wirst du auch ein Wochenende für brauchen Also, das muss man nicht übertreiben, aber da kann man viel Zeit reinstecken Nicht nur in das Spiel, sondern schon in die Spiele, sondern schon in die Charakterschaffung So, hier war doch genau das blöde Ding Gehen wir sterben So, weswegen haben wir das hier gemacht? Ja, genau Also in Wizardry 6 kann ich gleich sagen, gibt es eine Mod Die erhöht die Chancen, dass man höhere Sachen würfelt bei der Charaktererstellung Fällt gerade der Name nicht ein, aber Vielleicht habe ich sie irgendwie in meinem Let's Play irgendwo niedergeschrieben in der Beschreibung oder so Da hängst du bei Wizardry 1, ne, gut Auch das wird eine Weile dauern Also ich meine diese Diese Mod für Wizardry 6 ist natürlich reines Cheating, aber Andererseits Wenn man schon mal zwei Stunden bei der Charaktererschaffung verbraucht hat Lebenszeit, dann Weil es gibt einem ja nicht mehr Es spart einem halt nur Zeit Erstmal sind sie zu Grabsteine her Es gab mal irgendein Spiel, ich weiß nicht mehr wie das hieß Das war ein CGA Spiel, also uraltes MS-DOS Spiel Nachdem man das gestartet hat, war die Bevor das Titelbild kam Ähm, war die erste Meldung Und die Also das erste, womit man interagiert in dem Spiel Quit to DOS Yes or no Da habe ich mir also das nicht besonders gut Wenn das Ich meine, ganz offensichtlich hatte man das Fälschlicherweise gestartet, weil kein Mensch würde dieses Spiel spielen wollen Also das fand ich irgendwie eine interessante Idee der Entwickler Okay, der Hex-Editor hilft auch Äh Wie gesagt, diese Mod macht halt nur die Chance größer Nichts anderes Und, äh, ich glaube Aber ich meine, das wird auch in den GOG-Foren stehen Es gab noch einige Sachen, die, äh, die, äh, kleinere Glitches Die, die, ähm, die im Nachhinein dann quasi weggepatcht wurden Weil die Entwickler das nicht gemacht hatten Da waren noch, bei Wizardry 6 war es noch ein paar Kleinigkeiten Äh, aber das ist alles schon so lange her Äh, ich habe ja, ich überlege ja schon seit ewigen Zeiten Oder, nee, nicht seit ewigen Zeiten, seit einiger, seit einiger Zeit Nachdem ich ja dieses, ähm, wie heißt das, Where Are We entdeckt habe Für, was wir für Might and Magic 1 benutzt haben Das geht ja auch mit Wizardry Ich habe mir deswegen überlegt, ob ich mal Auch mal Wizardry Let's Play, also die 1 bis 5 Das Problem ist halt, die sind halt so Also da ist halt so null Grafik Und, ähm, es ist halt schwer Da irgendwie abschätzen zu können Ob das irgendwen interessiert Ich meine, vielleicht Ich meine, im Video guckt man sich vielleicht an Aber ob man sich dafür vielleicht 50 oder 60 Videos anguckt Und ich spiele ja die Spiele auch mal gern zu Ende Wenn ich so anfange Das ist ja auch noch so ein Problem Das würde auf jeden Fall Also dieses Tool, wenn es denn mit Wizardry wirklich kompetent funktioniert Würde die Spiele zumindest spielbar machen Aus meiner heutigen Sicht Weil sonst ist das wirklich Ähm, Lebenszeitverschwendung Die im Originalzustand zu spielen Genau, die Traglas, die war genau die Äh, ja, genau Das war einer der Glitches Dass die nicht neu, ähm Nach Stärkeveränderung nicht neu berechnet wurde Genau Das war ein Fehler Bist du dir sicher, Masterluck, dass die Wizardry 1-3 für SuperNest nah am Original ist? Ich kann mich nur erinnern... Ah, dass die SuperNintendo-Versionen von allem Immer doch ein... Oh, fuck Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Ähm... Doch immer ein bisschen anders waren Und mit ein bisschen anders Man ist sehr anders Okay Was ist denn hier los? Achso, das sind die Das sind die Das sind die Wir sind Mad Ja, okay Verstehe Okay, du warst nicht Okay, jetzt sind wir nicht mehr mad Okay What the fuck Du kannst da durchschießen Na gut, okay Komm mit Processes Okay, die werden wir brauchen Okay Also Es ist durchaus möglich, dass meine Informationen da falsch sind Und ich da quasi einem... Weil ich weiß halt, dass zum Beispiel Bart's Fail komplett anders ist Und ähm... Andererseits, Elite zum Beispiel ist ziemlich nah dran Und eigentlich sogar besser als die Computer-Versionen Ähm... Also die haben... Wir haben es mal so, mal so gemacht offensichtlich Was die Ports angeht Ja Geh mal weg hier Okay, ich habe schon wieder keinen Platz mehr Ähm... Field Versions Tastes like Chicken Schauen wir mal Okay Sandwich Horek Polyman Fuser Das wäre gut, wenn wir eine Rüstung hätten Ja Ja Ja, ja, die sind Deswegen habe ich irgendwie im Kopf, dass die Also Nintendo, die Nintendo-Version Halt immer ein bisschen Naja, anders gemacht hat Entschärft Schrägstrich spielbarer Schrägstrich Äh... verändert Da ist schon wieder so ein blöden Raumhauter hier Wo waren wir hier? Hier waren wir da drin Hier waren wir noch nicht Ja, okay Wir könnten eigentlich mal was kochen Fällt mir ein Wir haben noch Oh, Moment, wir haben... Raw Meat? Okay, das können wir schon mal kochen Jetzt haben wir schon mal gucken Haben wir schon mal was gemacht Echt? Okay War sie gar nicht mehr Ja Ja, Wizardry Gold war... Das war das für Windows, ne? Oh, hier waren... Hier haben wir... Bevor wir die Krankenstation betreten Laden wir natürlich unsere Waffe nach Das... Okay Das ist... Seedrain Nobody cares Ja, was ich bei Wizardry 7 so furchtbar finde Ist, dass die auf dem Charakterbildschirm Die Spellpoints so gut wie nicht zu lesen sind Die Schriftart ist so unfassbar Schlecht zu skalieren Ähm... Wenn man es also nicht in einem... Weiß ich nicht... 15 Zoll... Ähm... Röhrenmonitor guckt Sondern... Er spielt Sondern... Irgendwie abgescalt auf einem... Also ich fand das... Also... Wäre egal Einfache Zahlen Einfacher Fonds hätte gereicht Aber nein Die sind irgendwie schön In Hintergrundfarbe gehalten Und... Unglaublich schwer zu lesen Finde ich Aber das sind so... Äh... Okay Trotzdem ist Wizardry 7 Ziemlich gutes Spiel Ich finde 6 persönlich besser Aber das sehen nicht viele Leute so Fuli hier ist sie Okay Stimulantien Haben wir schon etwas gechargt hier? Wir haben nichts was wir chargen müssen Ja Okay Waren wir in der Alphatür schon drin? Nein, waren wir nicht Dazu brauchen wir... Was besonderes? Oder müssen wir einfach nur gut sein? Der Door Lock Ist... Okay Das klingt nach... Äh... In einer guten Zeit Das Level zu verlassen Okay Eifertüren sind ein Problem Kim okay? Das klingt nach Schnell für heute Megyn Okay. Okay. Hier hatten wir doch Wir hatten hier doch noch einen zusätzlichen Charging-Port, ne? Ja, ja, minus Psi Hier Medbay war nicht Okay, wir sind wieder voll Oh, die hat doch eine ganz normale Tür Aufregend Und da waren wir schon drin? Also das ist ja mit dem Sicherheitssystem hier so ein bisschen Mittel, ne? Also wir haben hier zwei wahnsinnig hochdramatisch gesicherte Türen und eine, die einfach daneben ist ungesichert und offen PlayStation 1 Okay, aber Gucken wir mal, was wir hier finden Na, mehr Messer Die haben wir doch schon mal, ne? Die hat es aber vollständig gekipptet Ja, fehlen immer noch zwei Worte Wir haben Level bekommen Okay Okay Wenn du das sagst Warum? Warum? Naja Okay Ah, wunderbar Wahrscheinlich sagt das Spiel jetzt immer Chocolat Fondue Aber das irgendwie So, jetzt sind wir aber durch mit dem Level Jetzt würden wir sagen Jetzt würden wir sagen Essen wir mal ein bisschen was Was zur Hölle ist das denn hier? Info Psyblade Ja gut, okay 15 Penetration 80 Okay Ist das Weiß wieso hast du es jetzt auf Whatever game Wo ist meine Pistole? So Wo muss ich denn? Okay Muss da drunter Okay 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 Nachladen So Wir werden ja gleich aufsteigen Wenn wir ein bisschen gekämpft haben Und dann werden wir noch mal wieder Might erhöhen Okay Next Level Ey, 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 ey Gitter Okay Dann probieren wir jetzt mal die Psyblade Blade Skill Upgraded Okay Ah ja Stimmt Da wollte ich auch nochmal ausprobieren Ob wir die Türen Schließen können Wenn ein Monster da steht Und ich noch nochmal dran denke Oh, okay So ein Computer haben wir runtergefahren Okay Dann komm mal her Nee Komm mal her Können wir nicht schließen Okay Schade Das hat Hat das nur Dungeon Meister gemacht? Das muss noch andere Spiele gemacht haben Ich meine Unser Crowbar hat natürlich deutlich bessere Durability Ah, hallo Gibt es eigentlich Einen vernünftigen Playstation 1 Emulator Der auch für Leute Die nie eine Playstation Sei es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oder was auch immer Jemals besessen haben Bedienen kann Okay 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 Also ich dachte Das wüsstest du zufällig Also Ich hatte die Also ich hatte die Und ich hatte die Ich hatte die Also ich hatte die Okay, da sehe ich ein Problem. Ja, nur halt die Fresse, Spiele. Ja, nicht gut. Ja, ich war auch... Also, bei Emulatoren bin ich auch meistens... Also, die Emulatoren, die ich benutze, sind für Systeme, die ich auch kenne und habe. Also, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Amiga-Emulator ausprobieren wollen und habe nur Bano verstanden. Okay, Freunde, kommt ihr mal her? Oh! 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 Okay, den Schlüssel wollen wir nicht. Damit machen wir ja alles auf. Okay, war es zufällig wieder Heißbrudo, der Emulator? WinUAE, der ist recht komplex, das ist super. Oder war das, ah ne, das war das Amiga Ding, ich weiß es nicht mehr. Also ich war nur, ich hatte halt nie einen Amiga, ich habe nie einen benutzt, deswegen hatte ich überhaupt keinen Clan und das war der Sache nicht zuträglich. Ja, okay, okay. Das ist ein Problem hier, ich meine... Ach, das ist gar keiner, du bist alter Out of Range. Gott sei Dank, der ist schon kaputt, okay, gut. Okay, da würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Level Up. Also Might, nochmal Might. Oh, da fehlt immer noch ein Punkt, das ist ja von frustrierend. Ich glaube, Sword Weapon kann nicht schaden, Decypher schadet nie, Knife benutzt man eigentlich nicht mehr, Metal Kill werden wir brauchen. Okay, Booby Trap, nope, warum? Noch so ein Schlüssel. Oh, Mindwolf, das klingt ja gut. Gut, schießen wir mal drauf. Okay. Sea Blade. Okay. Haha. Tot bist du. Giant Mitochondriana, das wollte ich schon immer haben. Okay, schon wieder irgendwo irgendein Roboter... Oh Gott, hier ist noch ein bisschen mehr. ... Oh Was zur Hölle seid ihr? Irgendwas nicht Gutes. Das erfordert drastische Maßnahmen. Haben wir die jetzt echt dahin geworfen? Okay. Wahrscheinlich weil wir Stunt waren oder so. Was zur Hölle? Kann ich das anziehen? Da kann man... Offensichtlich nicht. Okay. Essen wir mal einen Happen. Okay. Ah, zwei. Element X. Das soll ich mit irgendwas kombinieren können. Ähm... Receptor... Nee. Ja, ja. Ähm... Messages... Was ist 50? Very high penetration bullets can be created by spiking shell casings with molecular Neutronium. Okay. In order to make magazine less heavy, it is recommended to lace it with Element X. Also Element X auf ein Magazine macht das Magazine leichter, aber wahrscheinlich nur bestimmte Magazines. Ist auch nicht unbedingt absolut höchste Priorität. Infected, whatever. Ja, da könnte man irgendwas... Danger... Nee, Damper Patch. Man, I should have so wenig Skin Patch. Okay. Nee. Ach du liebe Güte. Ist da zufällig, ist für das Ding dabei gewesen? Jupp. Damit können wir ja jetzt schon umgehen. Lin... Ah, Linux. Ah, Linux. Äh... Äh... Aber wahrscheinlich würde ich sowieso das in einer PC-Version spielen wollen, weil mit der habe ich es damals gespielt. Ähm... Es ist halt nur... Um darauf zurückzukommen, wirklich zu überlegen, ob man das... Ob es Leute gibt, die sich das... Oh, fantastisch. Ähm... Sich da ein ganzes Let's Play angucken wollen. Und ob... Darüber hinaus, ob ich es ein ganzes Let's Play interessant finde, es zu spielen. Weil der... Der... Besonderheitsfaktor, der wird ganz schnell... Ganz schnell wird der... Fühlt der sich alt an. So, wenn wir jetzt warten, müsste doch irgendwie... Kommt die Steuerung... Rasten. Ich hoffe, Blindness ist heilbar. In diesem Spiel. Wir rasten einfach mal eine Weile. Okay. Blindness ist heilbar. Ja, reicht hin. Ups. Blindness, Victim. Okay, das wissen wir ja jetzt. Du weißt, das converts power into high-energy X-rays. Das ist bestimmt alles ganz praktisch. Was zur Hölle ist das hier? Heavy Pistol. Nice. Racial Penalty? Was soll das denn heißen? Ich bin Amerikaner. Aber weiß ich nicht. Taka. Ist offensichtlich nicht die Erde. Und das sieht ja auch komplett anders aus als eine terranische Pistol hier. Hier ist es überhaupt nicht der Abzug. Und hier ist es überhaupt... Das sieht komplett anders aus. Wahrscheinlich kommt die Kugel hier oben raus. Oder ist irgendwas. Very heavy caliber pistol. Das war von Stand Attack in military shooting. Ich meine... 50 und 9... 50 IQSC. 9 Damage. Ja, also bei Wizardry stimme ich dir zu. Bei Might & Magic 1 würde ich dir auch zustimmen, was die Optik angeht. Und bei Might & Magic 2 nicht, weil das finde ich wirklich... Wenn sie diesen... Also wenn sie das Kampfsystem aus 3 genommen hätten, wenn das in 2 drin wäre, also man nicht gegen 255 Monster kämpfen muss, was 10 Minuten Realzeit dauert. Also wenn es diese kleineren, übersichtlichen Kämpfe gäbe in Might & Magic 2, dann wäre Might & Magic 2 eigentlich das bessere Spiel als 3. Okay, es könnte auch noch die Rätsel von 3 vertragen. Aber die Welt gefällt mir besser. Und also ich muss sagen, Might & Magic 2... Okay... 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 Also... Ist zu überlegen, ob ich jemals so ein... Immer noch voll? Was ist denn los? Achso, ich habe ja nichts weggeschmissen. Aber es ist gut zu wissen, dass es welche gibt. Obwohl, jetzt mal abgesehen von dem jetzt erwähnten Wizardry, die Playstation ist so komplett an mir vorübergegangen, dass ich auch überhaupt keine Spiele kenne, die ich auf einem Playstation-Emulator spielen wollte. Zum Beispiel dieser ganze Lara Croft-Kram, den ich irgendwie mit der Playstation verbinde, ich weiß nicht warum, hat mich nie interessiert. Aber die Spieler haben mich nie interessiert. Weil das war diese für mich furchtbare Zeit, dass als die Computergrafik 3D wurde, die Qualität aber noch unter aller Sau war. Und ich bevorzuge grundsätzlich lieber detaillierte 2Ds, an denen man was erkennen kann, als diese furchtbaren ersten 3D-Versuche. Deswegen finde ich auch, auch wenn ich da alleine bin auf der Welt, Super Mario 64. Ein furchtbares, grässliches Spiel. Und auch Ocarina of Time. Grauenhaft. Weil diese Grafik einfach so schlecht ist. Und unnötigerweise, weil das Zelda davor hatte eine bessere Grafik. Meinen Augen. Aber wie gesagt, da bin ich alleine auf der Welt. Und siehst du, das gab es auch auf dem PC. Ich weiß auch nicht, warum ich das mit der Playstation verbinde. Wahrscheinlich, weil irgendjemand, den ich kannte, obwohl ich kannte nur eine Person, die hatte eine Playstation 2. Und zwar, als es schon eine Playstation 4 gab. Also ich wüsste nicht, wie ich auf Tomb Raider und Playstation komme. Ich weiß es nicht. Okay, das schmeißen wir mal weg. Das können wir essen. Schrums können wir essen. Da essen wir Schrums. So, haben wir Schrums gegessen. Das ist immer gut. Danke, danke. Also, man könnte noch argumentieren. Ich meine, manchmal werde ich sogar noch radikaler und sage, grundsätzlich ist 2D-Grafik besser, in Anführungsstrichen, weil übersichtlicher. Aber ich verstehe schon, dass es für bestimmte Spiele und bestimmte Spielsituationen weniger um Übersichtlichkeit und mehr auf Realismus ankommt. Und, also weiß ich nicht, Grand Theft Auto 1 und 2 aus der Über-Kopf-Perspektive, total albern. Aber, oder Doom, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Was ist ja, es gibt es ja alles. Aber grundsätzlich, bei diesen ersten 3D-Versuchen, die waren einfach nur hässlich. Und haben komplett die Immersion gekillt. Bei einer 2D-Draufsicht konnte ich mich da immer noch so reindenken. Weil das hat man ja jahrzehntelang geübt. Aber bei diesem 3D-Polygon-Verbrechen da... Naja, war der war. Wir haben alle mal klein eingefangen. So, was können wir denn noch wegschmeißen? Wozu habe ich die dabei? Die bestimmt... Ja, Small Stips braucht man immer. Irgendwann werde ich einen Bindfaden brauchen, dann habe ich keinen. Wir brauchen 50 Pfennig... Am Draht. Combat Processes. Weg damit. Potent or... Wollte ich diese Waffe mal ausprobieren? Eigentlich auch nicht. So, was ist das überhaupt? Primordial Soup. Das klingt gut, das wollte ich schon immer mal löffeln. Dafür ist das gut. Die primordiale Suppe, die ist buchstäblich eine Suppe. Amina Assets in a pre-life state. Das kann ich nicht essen? Was ist denn hier los? Okay. Ja, ich meine, wenn Sie heute den Retro-Look wieder kreieren, machen Sie ja nicht diese furchtbaren, katastrophalen technischen Limitierungsfehler, die es damals... Das ist Anfang der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er, Ende der 90er, glaube ich, gegeben hat. Und die sind dann ja einfach... Klar, sind sie nicht so detailliert, die Grafiken und so weiter, aber sie sind halt nicht so schlecht. Also so wirklich technisch schlecht. Und ich meine, und es gibt ja nun auch einfach zum Beispiel Leute, die ein halbes Jahrzehnt älter sind, äh, jünger sind als ich. Oder vielleicht ein Jahrzehnt. Ähm, die sind ja nun auch schon seit einer Weile im, äh, heiratsfähigen Alter, hätte ich fast gesagt, im Alter, wo sie quasi für die Industrie als Geldgeber interessant sind, also als Geldausgeber interessant sind. Und die verbinden natürlich Nostalgie mit, mit diesen furchtbaren 3D-Grafiken, ähm, so wie ich halt Nostalgie verbinde mit furchtbaren 2D-Grafiken, die ich halt auch, wenn sie neu gemacht werden, in besserer, also, in Anführungsstrichen besserer Qualität, obwohl sie gleich aussehen, ähm, finde ich halt auch toll. Also, toll, oder finde ich zumindest toller als, wenn man sich dann noch mit den, ah, technischen Limitierungen rumärgern müsste. Wir können ja jetzt mal, ah, so geht das gut. Blödes Mistfieber. Aber grundsätzlich, ähm, gilt für mich, dass ich, oh, Peer Station, ähm, tendenziell 2D von einigen Situationen abgesehen, ähm, bevorzuge. Einfach aus, weil die meisten Spiele, die ich gut finde, da ist Übersichtlichkeit relevant. Und, oh, da ist eine Beta-Tür. Okay, mal wissen, was die machen. Besser nicht, oder? Und, äh, aber es kommt prinzipiell halt aufs Spiel an. Ah, fuck it. Ja, gut. Witcher, ne? Ist zum Beispiel ein Spiel, klar, das würde in 2D irgendwie komisch sein. Und Witcher 1 fand ich auch gut. Witcher 3, hab ich zugegeben, nochmals nie gespielt. Also, das hab ich nicht mal. Ähm, Witcher 2 war mir das Kampfsystem zu, zu skillbasiert. Also, meinem Skill. Okay, weiß ich, was eine blaue DoorTrap ist? Ich weiß nicht, glaub nicht. Okay. Das können wir, Draw Samples, okay. Ja, also, ich meine, Witcher oder, ähm, anderes Beispiel wäre, oh, mehr Primordius, super. Ähm, Grand Theft Auto, äh, bin ich ein großer Fan von. Also, zumindest von der 3, von den 3er Grand Theft Autos. 4 fand ich nicht so gut und 5 hab ich nicht. Aber, ähm, also, genau genommen bin ich von einer kleinen Minderzahl von GTA-Spielen Fan. Ähm, die würden in 2D, die funktionieren in 2D halt auch nicht. Also, und da war die Grafik gerade gut genug, also, mit GTA 3 fing es gerade an, da war sie gerade gut genug, dass sie nicht mehr so furchtbar war, dass sie die Immersion total gekillt hat. Ähm, okay, mehr, mehr Charging. Da fing es gerade an. Und ich weiß gar nicht, von wann ist ein GTA 3? 2001? 2003? Nee, 2001. Äh. Weiß ich gar nicht mehr. Oder 2000... Nee, 2000... Äh, sei es so lange her. So, ich sollte mal auf die Karte gucken, weil ich renne hier schon wieder im Kreis, ne? Jo, komplett. Gut, nächster Level. Ach, du liebe Güte. Moonbeer, du siehst... Strangler, auf dich schießen wir mal... Schießen wir mal schnell. Okay, können wir jetzt... Ist alles tot? Bist du tot? Ah! Oh Gott. Okay. 2001, okay. Okay, das war ein großer... Ah, jetzt haben wir schon wieder keine Muni mehr. Okay, aber wir können Level aufsteigen. Das ist gar nicht schlecht. Das sollten wir diesmal auch gleich machen, damit wir nämlich endlich Might auf 60 kriegen. Damit wir diese blöde Waffe benutzen können. Und da haben wir gleich... War das Heavy Weapon oder... Ich glaube, es war Sword Weapon. Pistol für den Fall der Fälle. Blade... Desintegration Bay. Das war irgendwas, was gut war? Booby Trap. Nee, besser nicht. Nanomads. Hurra! Okay, jetzt können wir jetzt... Jetzt können wir die Waffe ja in die Hack schmeißen, ne? Was ist die... Ähm... Ähm... Merkjus, okay. Gut, das ist ja auch so ein Maschinengewehr. Zumindest kriegen wir jetzt nicht mehr diese dämliche Nachricht. Oh, schießen wir mal. Ne, funktioniert besser. Sollte wahrscheinlich trotzdem... Das ist eine Betatür. Das ist eine Eifer-Tür. Okay. Hier ist eine Nix-Tür. Da würde ich sagen, machen wir die auf. Ich würde sagen, machen wir die auf. Wir sind noch am Leben. Ist alles gut. Wow! Wir haben ein Rezept. Ein Energy-Drink. Und das sind Sachen, die wir vielleicht sogar haben. Also, dann wollen wir mal gucken, was in Red Bull wirklich drin ist. Ähm... Primordial Soup. Mhm. Giant Mitochondria. Okay. Und Exotic Proteins. Okay. Okay, was da... Haben wir davon irgendwas? Also, wir haben das. Wir haben das. Das können wir schon mal irgendwie zusammentun. Das war's... Ja, stimmt. Ich meine, Primordial Soup in a pre-life state. Naja, gut. Das wäre dann post-life state. Aber es ist nah genug dran. Ja, das ist wahr. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ein relevanter Teil der Playerbase dann irgendwann einfach sagt, fuck it. Und sich im Wiki die Rezepte anguckt. Weil craften kann man die Sachen, auch ohne Rezept. Man muss halt nur das Richtige treffen. Aber, äh, bin ich... So weit bin ich noch nicht. Ähm... So, uns fehlt... Ah, dieses andere. Das habe ich zumindest schon mal gesehen. Aber das haben wir nicht mehr. Wir haben eine Art von Zwiebel, die wir mal essen. So viel Binnenfäden brauchen wir dann doch nicht. Hm. Webstation, was könnte man da mitmachen? Okay, Sachen herstellen, die wir nicht haben. Okay, wir könnten... Ich meine, wir könnten mal... Ja, voll Shell Casings. Was bringt uns das, dass die leichter werden? Das hilft uns ja nicht. Da muss noch irgendwas anderes mit rein. Weil das wird doch kein vollständiges Rezept sein. Also das sind die Sachen, mit denen wir theoretisch was machen können. Nehme ich mal an. Das schränkt ein bisschen die, ähm, Ausprobiererei ein. Aber trotzdem, ich meine, guckt euch das hier an. Da kann man noch nicht drauf kommen. Also selbst wenn man auf die, äh, Zutaten kommt, wie soll man drauf kommen, dass man zwei davon braucht? Und so ein Kram, also... Okay. So, dann waren wir noch nicht... Ich bin mir da hergekommen. Ja, ich hör dich, ich seh dich aber nicht. Okay. Okay. Und... Okay, es ist Wound. Das ist Wound. Wound. Okay, kein... Das ist nur Damaged. Das können wir jetzt Wound. Ja, sehr gut gemacht. Naja, es soll ja alles auch gleich sein, da gleich aussehen, ne? Also da soll ja, wenn da noch irgendwas... Obwohl das Bett könnten wir noch kaputt machen. Everybody die! Komm mir vor, wie Woundo ist. Okay. Warte mal, geht ziemlich schnell durch die Muni durch mit diesen Waffen. Blind Victim, das muss ja nicht sein, das war ja ein bisschen lästig. Okay, ja, schon wieder was Großes. Sieht aus wie ein Tentaculat. Aus... Also da fehlen noch ein bisschen längere Tentakel aus... Tear from the Deep. What the fuck? Okay, hallo? Kann ich irgendwas dagegen machen, dass du unsichtbar bist? Wow, also dafür braucht man aber auch, glaube ich, diese Heavy-Sachen hier. Floor Exit, sehr schön. Äh, können wir hier mal ein bisschen... Ha! Rifle rounds, wir haben kein Rifle, aber gut. Oh Gott, noch eine Waffe. Was soll es, dass wir Recycling binden? Ach, da wühlen wir drin rum. Ich dachte, wir könnten ja Sachen recyceln, um die originalen Einzelteile wieder herauszukriegen. Aber Welding-Goo. Klingt auch nach etwas, was man als Engineer haben müsste. Aber wir haben nicht genug Space. Warum nicht so? Jetzt wollen wir mal gucken. Also... Wenn wir das Ding mal droppen. Und was zur Hölle ist das hier? Wie viele Knives haben wir eigentlich? So viele Knives brauchen wir nicht. Hm. 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 Okay, ein bisschen Tetris hier. So, also... Wir haben... Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Das sieht ja fast so aus, als könnte man damit nicht vorbeischießen. Wie viel Money haben wir dafür? 181. Wie sind so die Werte dafür? Nicht so gut. obwohl Axie 55 Range 2, das ist natürlich schlecht ich meine das könnte unsere Pistol ersetzen oder unser Knife ehrlich gesagt unser Knife da würde ich sagen können wir das Ding mal droppen das Ding würde ich ganz gerne wieder mitnehmen ok, jetzt mal kurz gucken das hat eine Reichweite von 9 muss doch irgendwo stehen hi du oh ok sind wir aufgestiegen und aufgestiegen ok warten wir noch mit wieder das unglaublich schwierige Durchsuchen eines Tisches wir haben es geschafft und es hat uns eine Menge Erfahrungspunkte gegeben nicht zu finden was ist das zur Hölle Mutation Serum Black klingt etwas klingt nach etwas was wir unbedingt trinken wollen also ähm ja guck mal so soon can mutate the body powerful ways maybe something good use brand damage naja naja hätte ja sein können naja hätte ja sein können ich meine ich kann sie einfach irgendwo liegen lassen ich meine ich kann sie da einfach irgendwo liegen lassen kann man Sachen ich glaube nicht probieren wir einfach mal oh hallo shotgun to the face äh äh okay bone slivers also was ich genau was ich sagen wollte ähm äh lustigste Film für mich Papa and the Porters und Ritter der Kokosnuss und eigentlich Life of Brian ist eigentlich objektiv lustiger aber ähm bei mir war es halt so ich habe halt zuerst Ritter der Kokosnuss gesehen und da bin ich schon beim Vorspann äh ist einfach nur weg okay ähm ich meine der Vorteil von der Shotgun ist natürlich dass wir auch nicht ständig nachladen müssen oder nicht so oft wie mit der Piste äh da geht es runter okay haben wir noch irgendwas was wir erhöhen müssen für irgendeine Waffe warum hat das eigentlich so einen schlechten Wert ach weil das eine Suhl Waffe ist Suhl okay wusste gar nicht dass Suhl Heavy Assault Wifles benutzen oder benutzt ich weiß nicht ich weiß nicht mal ob es noch einer ist ist ja auch egal ähm hm die behalten wir erstmal noch ja und also und also nach diesen beiden absoluten Tops ähm gibt es wahnsinnig viele lustige Filme finde ich also auch gute lustige Filme waren wir hier schon hier waren wir schon ne warum schleiche ich hier so vorsichtig rein hier waren wir schon ist alles befriedet hier ist nichts befriedet ähm wieso haben wir hier nichts installiert installier mal also das Anlegen einer Waffe bezeichnet der Ingenieur natürlich als Installieren einer Waffe selbstverständlich jetzt haben wir noch nicht genug Muni das ist unbefriedigend also schießen wir mit dem Ding mit dem wir nicht so gut schießen können was oh ich dachte wir das falsche genommen was ach ich muss dann nochmal ich muss dann nochmal 4 drücken okay also den Shortcut drücken okay sonst haben wir ja die falsche Waffe genommen Spaceballs ist auch ziemlich gut ist halt klamaukig ähm ist halt wirklich dann gut wenn man Star Wars kennt ähm und ein paar Szenen in Spaceballs sind timeless also die sind wirklich immer immer lustig ähm das Problem ist halt das das worüber er sich lustig macht es ist heute nichts mehr worüber man sich eigentlich lustig machen könnte weil Star Wars so schlimm geworden ist aber egal ähm Spaceballs würde ich sagen ist weiterhin gut und sehenswert halt ist halt nicht die ist halt nicht die aller feinste Unterhaltung aber aber mit falsch okay ja ich finde die ähm ich finde die Szene wo sie hinter Lone Star herfliegen mit ihrer was das ist Ridiculous Velocity oder was das da ist ähm also Lord ich finde den ganzen Lord Helmsteen Charakter wir können nicht einfach anhalten wir müssen erst langsamer fliegen und so diese ganzen äh das ist das ist schon schön und das ist auch immer noch schön und Rick Moranis ist halt auch perfekt für die Rolle ah ja und ähm es gab mal obwohl den kann ich nicht mehr also obwohl den kann ich auch immer noch empfehlen Top Secret der war auch ziemlich gut den Halby habe ich allerdings vor kurzem mal wieder gesehen und der war doch doofer als ich ihn in Erinnerung hatte also als Kind fand ich ihn unglaublich brillant und der ist immer noch ziemlich witzig aber er ist nicht mehr ganz so witzig wie ich ihn in Erinnerung hatte und das geht ja also Top Secret geht ja auch so in diese Hotshots Richtung und auch die ganzen ähm hier eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug Raumstift und was wir sonst noch hatten die haben sich auch nicht mehr als finde ich nicht allzu gut gehalten also da ist man einfach also ich bin da einfach ähm weiß ich zu alt für geworden also auch da gilt weiterhin die haben halt ein paar nette Szenen und was bei den Filmen halt auch immer wichtig ist man muss halt das kennen worüber sie also was sie persiflieren und das ist heute halt gar nicht mehr so einfach dass man das voraussetzen kann weil das was sie persiflieren halt das kennt ja kein Mensch mehr äh wieder Level ich höre hier aber immer noch irgendwas aber das ist egal was so dann hören wir hier eben noch irgendwas hier liegt was auf dem Boden warum liegt hier was auf dem Boden weil ich das weggeschmissen habe wahrscheinlich weil ich es nicht gebraucht habe oh ja das war 30 rounds okay na gut dann rasten wir ihm noch einen Moment okay dann müssen wir jetzt ein bisschen was essen und hör doch mal auf zu rasten wach auf Mensch okay das können wir dann mal essen haben wir außerdem wir haben nicht mehr so wirklich viel zu essen also würde ich sagen essen wir einfach alles was wir haben oh die können wir auch noch essen zur Not okay okay da habe ich was kaputt gemacht glaube ich okay hier ist ein Baum okay ich würde sagen bevor wir uns das Level mal genauer angucken hole ich mir mal neuen Kaffee und wir machen eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder okay weiter geht's so habe ich verpasst Galaxy Quest ja Galaxy Quest gehört da definitiv auch auf die Liste können wir hier das Ding durchsuchen können wir nicht oder shake tree okay wir können nicht mal den einen zähl wenn ich wüsste was ich nicht mehr brauche ich meine eigentlich brauche ich alles nicht weil ich von nichts weiß was ich machen kann also drop 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 biocircuits use to connect electronics to living ja ist bestimmt alles hilfreich so was ist das eine Paprika Apple Apple okay nehmen wir mit da können wir uns heilen und wir können auch aufsteigen warte mal mit dem wir können eigentlich aufsteigen also wir hatten Brain Damage den wollen wir mal wieder ausgleichen sagen wir mal wieder ausgleichen ähm was habe ich noch mal wie viel da fehlt mir immer noch eine ganze Menge 30 ok so viel nicht mehr sollte ich mal wieder was investieren ja Emulatoren sind immer ein bisschen mitunter ein bisschen schwierig ist ja noch nicht gerade ein offiziell lizenziertes und unterstütztes Produkt ich glaube war das die ähm ich glaube die Box habe ich auch noch also ich weiß nicht ob es die ersten sieben waren aber irgend so eine so eine Compilation von Wizardry hatte ich auch mal also ich würde mal vermuten die ist definitiv nicht mehr lauffähig also das Problem üblicherweise bei diesen Spielen ist ja auch immer das installieren wenn wir laufen kriegen wir sie kann man sie ja mit DOSBox und muss man ja meistens mit DOSBox auch noch installieren und das ist mit naja das ist doch nochmal so viel Aufwand ähm ja ich finde es da meistens einfacher einfach die ähm ähm in dem Fall GOG Version zu benutzen zumal obwohl Wizardry 1 bis 5 gibt es gar nicht ne das ist weil ich glaube das in Japan immer noch äh als Spielvermarkten kann man das irgendwie nicht kaufen bei GOG oder? weil ich bin mir ziemlich sicher dass das noch also dass ich Wizardry 1 bis 5 auf Abandonware Seiten runtergeladen habe ähm allegedly ja man also ich weiß dass ich bei einigen CD-ROM Spielen Probleme hatte also gerade ich weiß nicht wann diese Box mit Wizardry erschienen ist ähm trotz DOSBox ich weiß nicht mehr was war es denn? ich weiß nicht mehr aber vom Prinzip oh du 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 musst weg ähm wir müssen nachladen okay okay um ja also mit dosbox also ich habe es dann irgendwann bei vielen sachen einfach aufgegeben weil es sie dann halt einfach schon fertig konfiguriert in anführungsstrichen gab was was war kraft aber das ist auch schon wieder jahre her das war dann auch windows 7 wahrscheinlich da kannte ich mir mit dosbox noch nicht so aus und es gab auch ein paar aber das ist auch schon wieder jahre auch ein paar sachen die hat dosbox nicht richtig immodiert gekriegt aber das ist auch weniger geworden gamma lockt dort gamma ok ist da irgendwas hinter können wir da anders hin ja vielleicht kann man einfach die andere türe nehmen stelle übrigens fest dass ich hätte nicht gedacht dass wir soweit kommen wir sind auf level 15 ganz schlecht ich höre was ich sehe aber nichts machen wir mal die tür zu ach hier ist da bestimmt irgendein ding ist ja doch bestimmt ein mimik bist du ein mimik mit einer 57 prozentigen chance of success aktivierten naja klar komm her mal funktions ok du wirst irgendwie du wirst ein halber worker ok werde ich mal ok freigestellt auch kommen kein platz mehr für gar nix das können wir essen ok mussten die heldin des gasten ja wir essen was wir kriegen können ja wir wollten die andere türe nehmen genau ich wollte genau gucken was das hier ist also das ist ein auch wieder klingt nach etwas das würde man brauchen wenn man wüsste wie man was man damit machen kann vielleicht ich meine vielleicht können dann können wir damit aber auch einfach irgendwas können wir damit ein rifle reparieren oder so collection of ordens von wir können weiter schießen verlieren dann wahrscheinlich ich habe doch gelesen zwei das war da habe ich mir noch nie eingebildet oder mensch zwei ich meine ich nehme mal an zwei heißt zwei felder aber ich meine vielleicht heißt es auch zwei bildschirme ich habe dich gesehen ist das gut machen wir einfach mal die overloaded stim tower der ist overloaded die monster jetzt berserk war das deswegen oder war das einfach nur ok es wäre wenigstens schön wenn wir es komplett decrypten würden wir mal was finden aber nein läuft das das ich ich das ich das ich das ich Was machen wir? Okay, mehr Element X Und das nächste Level Okay, wer ist hier gerade reingekommen? Du, guten Tag Oh, okay Gut Das ist ein ziemlich großer Raum Für ein paar Recycling Bins Fusel Bestimmt sehr hilfreich Shell Casings Damit können wir arbeiten Okay, Shell Casings Und wir haben kein Product X Oder wie das heißt Ach, shit Nee, nicht Element X Wir brauchen Neutronium Können wir irgendwas reparieren unbedingt? Okay, irgendwer ist hier Da hinten schießt irgendwer Okay What the fuck? Was ist da los? Ich komm mal kurz Mit meiner Shotgun gucken Chris, Tag auf E-Mail Bist du auf meiner Seite? Confused Hi Okay, wir sind choking Können wir irgendwie mit dir reden? Nee, ne Du bist einfach nur Confused Weil du das abgekriegt hast Von dem Vermitteln Hm Wo ist denn unser hier? Okay Ich werde ja schnell durch unsere Muni durch Wenn ich so weiterspiele Aber nee Wir sind schon ziemlich weit gekommen Äh Ich muss nur nochmal Okay Charging Das muss man nicht brauchen Okay Okay What the fuck Leveln wir mal Okay What the fuck Hive Lader Keine Ahnung was das ist Gucken wir mal rein Accessing Okay The Lader splashes chemicals Toll Haben wir unter unseren tausend Sachen Irgendwas gegen Stimulants Antibodies 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 Antivenom Antibodies Antivenom Okay Da war ein Stück Käse drin Jetzt ehrlich Jetzt ehrlich Jetzt ehrlich Okay Ich meine man könnte sich vorstellen Dem Cloth Dem Cloth Dem Welding Und dem Scale Skin Vielleicht Eine Rüstung bauen könnte Nur es ist Es ist halt nicht wert Es auszuprobieren Wenn es dann Ich meine auch das könnte In der Rüstung mit einfließen Fuel Cell Ich meine wir können auf jeden Fall schon mal die Äpfel essen hier Mit dem man bestimmt auch irgendwas machen kann Dann können wir den Käse essen Dann können wir das Ding reparieren Vielleicht Oh Okay Shotgun Cell Shells Okay Können wir das nochmal benutzen Okay Können wir das nochmal benutzen Ja Können wir das Jetzt gucken wir es Ich wollte gerade sagen Irgendwann muss ja mal Schluss sein Demon World Kenne ich Oder Kenne ich Glaub nicht Damaged Creation Station Nehmen wir mal unser Electronic Toolkit Oh wir können noch beides nehmen Okay Nehmen wir nur das Toolkit Jo Das hat Das hat Das hat nicht viel geholfen Okay Wo waren wir nicht Wir waren Hier wo waren wir nicht Ist die Tür weg What Habe ich gerade die Tür zerschossen Mehr Primordial Soup Wir brauchen Wir brauchen die anderen Kram Dann können wir wenigstens eine Sache bauen Machen Shotgun Shells Mal nachladen Müssten die verschwinden Logic Circuit Bindings Okay Ich meine es gibt immer so Bio Dinger Damit wir uns heilen Es wäre ganz schön Wenn es irgendwas gäbe Was uns satt macht Einfach so Aber ich fürchte Das ist nicht so einfach Ich meine können wir nochmal in den Baum rütteln Hier Ja können wir Wo sind die Logic Circuits Nein Nein Was? Was ist das? Teleportbaum Okay Ich finde die Ich meine, es ist auch nicht egal, was wir wegschmeißen. Ich meine, die Sachen haben noch einen High-Tech Sense Feat bei Molecular Antimata. Das klingt alles hilfreich. Ich habe keine Ahnung, wo die Logic-Circuits hingekommen sind hier im Inventory, aber... Die liegen noch da. Okay. Ach, ich habe auch dafür keinen Fall. Okay. Er hat für gar nichts Platz. Okay. So, jetzt können wir wenigstens die Äpfel mitnehmen. Die können wir auch gleich essen. So, es fehlt auch nur noch das da unten. Dann gucken wir da erstmal hin. Okay, heilen. Schön. Oh, das könnte hilfreich sein. Das hier könnte man... Ach so, das war ja... Deswegen konnte ich das... Das war das Problem. Ich bin fast versucht, die Shotgun hier zu lassen, weil weit werden wir eh nicht mehr kommen ohne Nahrung. Andererseits ruinieren wir uns damit unsere Chancen, wenn wir es jetzt abgeben. Ja, dann lassen wir das Ding hier. Wir haben keine Rezepte, also was bräuchte es. Ich meine, wir haben keine Rüstung, also brauchen wir das theoretisch auch nicht. Zumindest nicht zwei davon. Obwohl, hier haben wir nur noch eine Ladung drin, aber egal. Tonic Toolkit brauchen wir auch nicht. Zwei. So, was ist das, wie für Heavy Assault Rifle hat... Ich weiß nicht mal, welche Muni Pistol Rounds ist es nicht. High Caliber Rounds. Das Ding hat... High Explosive Rounds. Also das ist High Caliber... Ups. High Caliber ist dann wahrscheinlich hierfür. Rifle, wir haben keine Rifle. Aber meine vier Twin-Warner 1. Shell Casings... Heben wir uns für den nächsten Run auf. Da könnte eventuell was mit passieren. Das könnte eventuell hilfreich sein. Da könnte man eventuell eine Rüstung draus bauen. Habe ich mir überlegt. noch irgendwas... Damit konnten wir einen Energy Drink machen. Damit können wir... Ne, nicht alle. Okay. Wenn wir uns nicht einmal verklicken, kriegt man es nicht wieder. Das ist gutes Gamedesign. Okay. Okay. Gut. Das nehmen wir mal als vierte Waffe. Ähm... Das Ding. Nachladen... 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 Ach, warte keine mehr. Okay. Achievement Anlag. Quindisimus Farkilis. You've survived past Floor 15. Okay. Bin ich nicht toll. Ich bin toll. Okay. Shotgun Shills. Können wir... Können wir gebrauchen. Noch richtig gut wäre, mehr... mehr zu essen. Ne, Schlüssel... wollen wir nicht. Ich will die Türen selber aufmachen. Es sei denn, wir finden irgendwelche... Alpha, Beta, Gamma Türen. Da müssen wir ja mal... Okay. Okay. Jeder hat andere Probleme. Okay. Hier haben wir so eine Alpha-Tür. Machen wir erstmal... alle anderen Türen auf. Ja! Ja! Wer redet hier mit mir? Also, wer hat dazu gehört. Ja! 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 Okay. We know what your favorite weapon is. Okay, boom boom. Okay, because I killed all with a shotgun in one room? Or so? Oder was? Hiver Brain Crystal. Okay. So, hier waren wir noch nicht fertig. Blödes Misting. Okay. Mehr T drin, man konnte da irgendwie ordnen hier. Und Drop-On-Ital, Organize. What the fuck? Okay. Okay, du Organize das nicht besonders günstig, offensichtlich. Ähm. Oh, wir müssen doch Tetris spielen. Also sehr manuelles. Okay, das bringt nichts. So, was? Ne. Transmogrify away. Okay. Human. Natürlich, selbstverständlich. Heavy Pistol ist nicht Human, aber Transmogrify... Natürlich. Ähm. Rifle. Energy Backpack. Okay. Haben wir nicht. Fines 70. Haben wir nicht. Exotic Capital of Swapping One Creature with Another at Random. Was für ein kompletter Unsinn. Wer entwickelt so einen Unsinn? Aber gut, das können wir jetzt gleich mal... In unseren Raum geben, wo wir was speichern können. Ähm. Sehr geil. Okay, irgendwas ist hier auch noch am Leben. Ich meine, wo wir hier sind... Hm. Können wir den Kram auch mitnehmen? Ähm. Können wir noch irgendwas essen hier? Ah, ich bin völlig falsch. Ja, irgendwo ist ja noch wer. Aber es kümmert uns nicht. So, diese Türen werden irgendwie alle ein bisschen schwieriger, glaube ich. Hm. Nix. Und nix. Sollte ich diesen Schlüssel dann doch mal einsammeln? Ah, hallo? Sollte ich das gehen? Gut, das ist sehr einfach. Ja, nur das kann nicht carefuller sein das Spiel mir das gibt ja keine Möglichkeit das rauszukriegen, oder? Feuer, whatever Äh, passt schon Noch ne Waffe Das ist aber mein Rifle, das ist gar nicht schlecht Nee, das hier Das ist glaube ich auch etwas, was ich einlagern will weil ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, aber dann haben wir für einen späteren Mann eine vernünftige in jedem Fall eine gute Waffe Ich glaube allzu weit werden wir hier mit unserer Nahrungssituation nicht mehr kommen Hm? 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 Tuss! einmal die shotgun die werde ich einfach bei mir behalten weil die ist praktisch für unsere zwecke na klar werde ihnen für ein späteres einen späteren playthrough auch hilfreich aber irgendwas müssen wir ja behalten also das rafel kann hier bleiben dann kann man kann nämlich auch die rafel bei uns hier bleiben die wollen wir dann nämlich auch nicht mehr okay element x weapon bio mod green also karnisch okay Schönen guten Abend, Shinobi. So, was wollen wir? Manipulation Ability ist okay, wir haben jetzt etwas, das ist gut. Aber ich meine, wir werden ja eh in Kürze verhungern, also ist es ja eigentlich auch egal. So, das Ding hat ja schon eine Biomod, probieren wir mal was das hier macht, Advanced Combat Rifle. Blunter Reduced Damage, Blunter Reduced Damage bei 10%, okay, schön, also wir machen uns die Waffe auch noch richtig schlecht, also die Accuracy haben wir schon reduziert, jetzt haben wir noch den Schaden reduziert, vielleicht sollten wir einfach nicht mit Waffen spielen, aber gut. Okay, haben wir noch irgendwas zu essen? Dainted meat here, hau weg. Die Tür haben wir noch nicht aufgemacht, dann machen wir die auf. Ja! In der Tat. Äh, äh, fein. Nehmen wir das Ding mal mit. Okay, Most Locked House, ich nehme an, das gilt nicht für die hier. Ja, okay. Fuck it. Das gilt nur für die, die wir da sowieso rein können. Okay. 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 Jetzt will ich mal was ausprobieren. Nehmen wir das jetzt mal. Achso. Draw Samples. Ich wollte das jetzt eigentlich... Okay. Ich wollte eigentlich das machen, aber na gut. Gewissermaßen habe ich es gemacht. Okay. Okay. Äh. Irgendwas, was ich weggegeben habe. Recipe. Peace. Giant Mitochondria, die haben wir nicht mehr. Die habe ich alle... Ja, aber na gut. Fehlt finden wir ja nochmal eine. Können wir zumindest nochmal eine Sache kreieren. Da oben können wir lang. Wer immer du bist. Du hast dein Herz. Ne, also Windows-Sec. Okay. 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 Oh, wir zerstören mit unserer Shotgun die... Ah. Die Dings. Das merke ich ja zum ersten Mal. Die Einrichtung. Oh, wir zerstören mit unserer Shotgun die... Okay. viel. Natürlich. Äh. Was können wir essen? Esserzeit können wir nicht essen. Das hier können wir essen. Eat. Ähm. Pinker's Food 1. Okay. 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 Ah ja, das könnte Living Steel sein, in der Tat. Okay, hier haben wir Betten, wie unpraktisch. Kostet Food, um uns Health zu geben. Wir brauchen, ich würde gerne Health abgeben, um Food zu bekommen. Okay, jetzt... Da war ich noch nicht. Mehr Level haben wir nicht? Okay. Wie sind denn all diese Gamma- und Beta-Räume auch anders reingekommen? Also diese Tür-Logik habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich meine, klar kann man dann bestimmte Zugänge nicht benutzen, aber wenn man anders in die Räume reinkommt, warum sollte man sich dann die Mühe machen? Ah, verstehe nicht. Okay, hier ist doch bestimmt irgendein Mimic. Bist du ein Mimic? Nee, gut. Du schon wieder so ein Ding. Ja. Was wirklich doof ist, dass das Spiel das so anordnet und nicht so, wie es hilfreicher wäre. Wenn man auf Auto-Sort klickt... Wenn man auf Auto-Sort klickt... ... ... Das war's für heute. Ich weiß, ich erhöhe meinen Food-Verbrauch natürlich durch das ständige Rumgelaufe sehr wohl, aber ich will diesen Kram hier loswerden. Kann ich davon nur eins? Kann man das irgendwie... Ja, können wir. Okay. Okay. Next level. Ich würde sagen, wir essen es einfach. Neue Musik. Incubation Room. Okay. Soft screen. Psi-Booster. Okay. Achso, wir haben noch Psi. Was haben wir denn? Wir können jetzt... Manipulation. Das macht... Add Shotcut. No target. Wollen wir mal gucken, was das macht. Okay, das war nicht so gut. Ich würde sagen, wir warten hier mal einen Moment. Die werden ja gleich alle hierher kommen. Nice. Ich hätte die Lockpicks benutzen sollen. Okay, da geht das hier. Hier unten. Okay, einer von den Großen. Gut. Der Shotgun ist nichts zu groß. Und dann komm mal. okay ist eine ganze menge los hier so 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 Das war's. Okay, haben wir den ganz normal kaputt gemacht, aber ist mir egal. Du hast mir das Madkick geklaut, du Arschloch! Und zwar dauerhaft. Okay, der zerstört die Sachen also. Wieder was gelernt. Okay, also diese Bots sind die gefährlichsten von allen. Wow, wir haben unsere Shotgun nicht mehr. Das ist ein Problem. Aber gut, andererseits haben wir auch nichts zu essen. Ach stimmt, die spawnen hier. War das nicht so? Gut. 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 Faction-Bear, ja, die sollte man zerstören, möglichst schnell. Die kriegen das Ding nicht kaputt, ne? Nope, okay, na ja gut. GG. Level 17, gar nicht schlecht. Und wir haben, ich meine, wir werden eine Ehenkürze verhungert. Also war das schon okay. Und wir haben ein paar Waffen, also wir haben eine Menge gelernt. Wir haben diese Scavenger-Bots, die sind wirklich gefährlich. Ich dachte, dass die die Sachen nur klauen und dass man die wiederkriegt, wenn man sie kaputt schießt. Aber offensichtlich nicht. Also definitiv hohe Priorität, die zu killen, wenn man eine vernünftige Waffe hat. Was wir lange Zeit, oder in unseren ersten Runs ja nie hatten. Aber wir haben einiges an guten Sachen eingelagert, die wir dann beim nächsten Run benutzen können. Also alles in einem sehr zufrieden. Ja, bedanke mich für die GG's und ich würde sagen, passt zeitlich auch, den Stream zu einem Ende kommen zu lassen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wir sagen, am nächsten Mal spielen wir vielleicht mal einen anderen Charakter. Muss ich mal gucken. Wollen wir mir mal überlegen. Wir haben auf jeden Fall schon einiges gelernt. Ich meine, wir haben ein Rezept gefunden, zwei und noch nichts und alles nur mit Essen. Wir haben noch kein Crafting-Ding richtig decryptet. Weil bei einigen fehlt nur noch, weiß ich nicht, ein Prozent oder so. Aber ja, das Spiel ist offensichtlich für die Langzeitmotivation gedacht. Okay, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich und wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch geht es weiter. Also, schönen Restabend, gute Nacht, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.